Der Flatback Plus Treteimer ist mehr als nur ein Abfalleimer. Der platzsparende Flatback Plus schließt perfekt mit der Wand oder dem Küchenschrank ab. Das Pedal ist leicht zu bedienen und das intelligente Scharnier öffnet den Deckel, ohne dass er die Wand berührt. Der Deckel schließt sich langsam und leise. Dank der großen Öffnung kann Abfall problemlos ohne Verschütten entsorgt werden. Wenn er per Hand geöffnet wird, bleibt der Deckel offen, sodass der Abfalleimer einfach zu leeren ist. Der Einsatz kann in eine ergonomischere, erhöhte Position gesetzt werden, was das Auswechseln der Müllbeutel vereinfacht. Die Perfect Fit Brabantia Müllbeutel haben ein Farbcode-System. Der Farbcode steht innen in Ihrem Brabantia Abfalleimer, damit Sie immer die richtige Größe wählen können. Verwenden Sie für diesen Flatback Plus Abfalleimer die Perfect Fit Brabantia Müllbeutel mit praktischem Zugband in der Größe L. Die Müllbeutel lassen sich unsichtbar anbringen und verdecken die Griffe nicht. Mit Hilfe dieser Griffe können Sie auch den herausnehmbaren Kunststoffeinsatz leichter säubern. Transportieren Sie den Träteimer mit Hilfe des weichen Riemengriffs, der keinen zusätzlichen Platz benötigt. Der Kunststoffboden schützt den Fußboden vor Beschädigungen. Der Flatback Plus hat einen besonders großen Inhalt von 40 Litern. Geschlossen ist er 43 cm breit, 35 cm tief und 66,5 cm hoch. Geöffnet ist er 92 cm hoch. Der Flatback Plus ist in vielen Farben und Größen erhältlich. Er ist für die tägliche Benutzung entworfen und hat 10 Jahre Brabantia Garantie und Service. Er ist für die